Das könnte der Schatz sein! Man braucht keine Superkräfte, um die Erde zu beschützen. Kleine Taten können einen großen Unterschied machen. Du kannst deinen Teil dazu beitragen, indem du zum Cartoon Network Klima-Champion wirst. Wir nehmen an täglichen Challenges teil, gewinnen virtuelle Preise. Wir suchen Klima-Champions aus der ganzen Welt. Gehe auf www.cartoon-network.de, werde noch heute ein Klima-Champion. Und mache die Welt etwas besser. BR 2018 Sie lieben Rätsel und Snacks. Bleib cool, Scooby-Doo. Jetzt bei Bumerang. BR 2018 Jeder ist auf der Suche nach der Bumerang-Schatzkiste mit all deinen Lieblingsserien darin. Aber so eine Schatzsuche kann sehr ... ... anstrengend sein. Also, spar dir die Suche. Wir öffnen die Schatzkiste für dich. Und wir überschütten dich mit all dem verrückten Spaß, der sich darin verbirgt. Der Wahnsinn! Die Bumerang-Schatzkiste. Samstag und Sonntag um 12 Uhr. Nur bei Bumerang. Man braucht keine Superkräfte, um die Erde vor ihrer Zerstörung zu beschützen. Kleine Taten können einen großen Unterschied machen. Du kannst deinen Teil dazu beitragen, indem du zum Cartoon Network Klima-Champion wirst. Gemeinsam nehmen wir an täglichen Challenges teil, gewinnen virtuelle Preise und vieles mehr. Wir suchen Klima-Champions aus der ganzen Welt. Gehe auf Cartoon-Network.de. Werde noch heute ein Cartoon Network Klima-Champion und mache die Welt ein bisschen besser. Für einen Streich ist Tom immer zu haben. Jetzt kommt die Tom & Jerry Show. Hol dir einen Snack und dann geht's gleich weiter mit der Tom & Jerry Show. Jeder ist auf der Suche nach der Bumerang-Schatzkiste mit all deinen Lieblingsserien darin. Aber so eine Schatzsuche kann sehr anstrengend sein. Also spar dir die Suche. Wir öffnen die Schatzkiste für dich. Und wir überschütten dich mit all dem verrückten Spaß, der sich darin verbirgt. Der Wahnsinn! Die Bumerang-Schatzkiste. Samstag und Sonntag um 12 Uhr. Nur bei Bumerang. Jerry ist wieder startklar. Jetzt geht's weiter mit der Tom & Jerry Show.